Egal was wir in unserem Leben erreichen wollen, ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung kommen wir nicht drumherum. Akuma Salingong mein Name, ich bin promovierter Naturwissenschaftler und jetzt arbeite ich als Coach und Speaker, indem ich dir zeige, wie du dein volles Potential freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Hab ich dich neugierig gemacht? Wenn ja, klick mal auf den Link und nimm an meiner kostenlosen Videoreihe Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Ich freue mich so auf dich.